Ja, ähm, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber... Ah, schon besser. Ähm, hi. Ihr habt das Event ja schon bei Twitter mitgekriegt, dass ich dieses Projekt fast abbrechen musste. Die Methode liegt da fast. Denn ich war schon dabei, dass ich ein kleines Infovideo mache, wo ich erkläre, warum ich es abbrechen muss. Und ich dachte mir die ganze Zeit, nee, das kann nicht sein. Ich kann nicht wegen so einem blöden Grund das ganze Projekt abbrechen. Vor allem, da ich doch einige Attack on Titan-Fans von meinen Zuschauern habe. Deshalb dachte ich mir jetzt eine kleine Loot-Lösung aus, die so aussieht, dass ich das ganze restliche Projekt zeige. Also Part 5 bis Part 10. Und auch den 11. Part, aber da gab es keine Cutscenes, deshalb geht es nur um die restlichen 6 Parts des Projekts. Was auch 60% des ganzen Let's Plays sind, also das wäre echt blöd, wenn ich über die Hälfte nicht zeigen könnte. Ähm, habe ich mir jetzt überlegt, dass ich alles zeige, bis auf die Cutscenes, denn die muss ich ja mehr oder weniger rausschneiden, sonst könnte das ganze Video nicht sehen. Und ich werde dann einfach in den Text erklären, was genau bei den Cutscenes zu sehen gewesen wäre. Und ja, ich hoffe, wir können einigermaßen mit dieser doch ziemlich doofen Notlösung leben. Aber, naja, mehr kann ich leider nicht machen. So, da wird noch viel Spaß beim Rest des Let's Plays. Ciao! Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Shingeki no Kyochen Humanity in Chains. Und wenn ihr dieses Video seht, also den fünften Teil dieses Let's Plays, dann ist es ein Zeichen dafür, dass das ganze Projekt fertig aufgenommen und fertig bearbeitet ist und es dann regelmäßig kommt. Also jeden Tag, jeden zweiten Tag, je nachdem wie ich es gerade, ähm, demnächst mache. Moment mal, Moment. Und bevor wir jetzt richtig rein starten, will ich mir ein bisschen was zeigen, was ich so währenddessen gemacht habe hier bei diesem Spiel. Denn es gibt ja auch einen Singleplayer-Modus. Und, naja, wie ihr schon sehen könnt, da habe ich bisher 15 Stunden reingesteckt. Oder auf jeden Fall ultra viel Spaß. Ich habe auch schon einige, viele Titanen zerstört. Und habe auch ein bisschen Knete angesangelt, ein paar Myktyle und so weiter. Also, was das Ganze dann soll, das zeige ich dann eventuell am Ende des Let's Plays. Erstmal will ich mich jetzt hier um den Story-Modus kümmern. Also, laden. Und dann gehen wir wieder rein in den Story-Mode. So, ich habe da schon alle freigeschaltet. Mal gucken, wo ich da, bei wem am besten die Story wieder weiterführe. Ich gucke mal bei Aaron. Wo da der Hund begraben lag. Okay, gut, das machen wir mal. Also meine Super-Iggler-Skills. Humanity has recovered their border from the Titans for the first time. At a large cost. Evan Jaeger. While offering his power as a Titan, his power is also feared. He stands before the Martial Law Conference because no one knows what to do with him. While the Scout, Regiment, and Military Police arc, Aaron shout that in order to change the world, we must invest everything in ourselves. Commander Aaron has a plan. And as a result, Aaron is left to the Scout Regiment. Mikasa, Armin, and the rest of the 100 Force, who lost friends in the first battle, decide to join the Scout Regiment. Only Annie applies to join the Military Police. She leaves, saying that she only wants to save herself. In order to keep an eye on Aaron, he is assigned to Levi's Elite Team, the Special Ops Squad. One month, month passed. Aaron and the 100 Force members, who are now part of the Scout Regiment, begin the first Scout beyond the Wall. The first Scout is the first Scout. Special Ops Squad. Beyond the Wall. And it's usually an anormale. There was a lot of an extremer, so it's probably the only one who's in the school is super. Das ist... Moment, war das er? Juck, da ist er. Lauf doch nicht weg. Da ist es mittlerweile ein bisschen übergekommen, wie man die schön platt macht. So, das war jetzt nicht so gut, aber... So jetzt aussieht, bekommen wir jetzt ein bisschen Unterstützung. Perfekt, schönes Gesicht. So, ein bisschen aus der Fassung bringen. Und zack, schon haben wir ihn. So, Pferd, komm her. Zack. Eigentlich ist es ziemlich chillig, wenn man weiß, wie es geht. Ist am besten schön am Kopf. Da ist schon wieder dieser hässliche. Der hat so ein hässliches Gesicht, dass es nicht mehr schön ist. Bist er wirklich der hässlichste Titan des ganzen Spiels? Oder kommt schon wieder einer? Oder dann, da ist er. Ein kriechender, ein animalischer. Jetzt kommen schon ein bisschen stärkere Titan. Dann ist es jetzt schon ein bisschen schwieriger, aber... Das ist kein Problem. Hör, wo kommst du? Look at my horse. My horse is amazing. Give it a lick. It tastes light, Ray. Oh, du bist groß. Hoppala. Eieiei. Oh. Beyond the Wall ist immer wieder leicht schwierig. Beziehungsweise, wie es dann bei den Missionen heißt, die Scout-Mission. Wo bist du? Da bist du. Ähm, zack. Erstmal die Füße und dann weit nach oben arbeiten. So, und der schon letzte, da fliege ich mal flotten. Ups, wollte ihn gerade ausdrücken, aber der hat mich. Danke, Petra. Vorsichtig. Und zack. Schön am Knöchel, dass ihn doch ein bisschen juckt. Und schlätzt. Ha, 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 ha. Also sind noch ein paar okay. Jetzt waren der anormale. Oder der abnormale. Ich sage immer anormal. Jetzt sind es sogar zwei. Eieiei. Da kommt der 3Ds mit der Grafik nicht mit. Da braucht man schon new 3Ds, damit der flüssigste Marathon läuft. Abnormal, genau. Oder anormaler, je nachdem. Da sind wir da ganz große Gefahr, die... ...nehmen wir in der Gruppe auseinander. Blade ist broken. Oh, fuck, fuck, fuck. Nee, oder? Okay, das könnte ich jetzt nochmal von vorne machen. Scheiße, das habe ich jetzt völlig übersehen. Ei, ei, ei. Denn wenn das Blade broken ist, dann kann ich es vergessen. Jetzt dann nochmal. Zack, bumm. Boah, habe ich das übersehen. Und ich kann doch was übersehen. Nämlich drüber zu stellen. Okay, ab jetzt 30 Minuten. Gut, jetzt der Ball wird ein bisschen länger. Ja, aber den Abnormal muss ein bisschen öfters rumschlitzen, deshalb... Hoppala. Soviel zum Thema. Ich bin der größte Titanenschützer der Welt in der Zwischenzeit. Nicht so unbedingt. So. Ab mit dem Kopf. Hier mit dem Pferd. So. Bisschen Water. Da geht es ein bisschen besser. Sehr schön. Darf ich nicht übersehen. Ich habe... ...genügend... ...Gasselinder und Razorblades dabei. Falls das Schwert stumpfet oder der Tank ausgeht. Bei den Omnidirectional Geel... Ich glaube, ich kann doch hier sogar meine best... ...eine etwas besseren... ...bist du schon tot? Okay, du bist schon tot. Sorry. Ich glaube, hier könnte ich so gleich meine etwas... ...besteren Waffen ersetzen. Hoppala. Das ist wieder der Schönling. Zack. Und... ...schlitz. ...ha, ha, 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 ha. Da bist du. Schön am Kopf erwischt. Zack. Da grinst du noch aber... ...nicht mehr lange. So. Hoppala. Das war nicht so schön. Nein. Nein. Ähm. Genius. Das war echt genial. Danke, Petra. Oh je, je, je. Nicht schon wieder... Nicht schon wieder sterben. Jetzt, was endlich weitergeht, weil das ziemlich... Gott, du bist auch so in der Schönheit. Bitte schön grinsen. So. Schaden kann es nicht. Wo ist mein Pferd da? Ähm. Da ist die Party am Start. Hier sind wir der Andermale. Beide schon aufgeladen. Sehr schön. Von Gast ist noch fast nichts verbraucht. Hoppala. Okay, das ist doch ein bisschen... ...leichter. Papa. Na, komm her. Wo ist sie denn? Da ist deine. Schlitz. Ei, ei, ei. Nicht dein Ernst. Da kommen zwei Abnormale. Erstmal den slashen. Erstmal den slashen, habe ich gesagt. Ei, ei, ei. Okay, das sind die beiden Targets. Ich schnapp mir erst... ...einmal den rechten. ...leicht gehen doch taktisch so vor, dass die daran zusammenrennen. Nicht beim Pferd totrampeln. Das gibt Mecker vom Ecker. Schlitz. Und der Kunde ist auch schon. Arbeiten da, Team. Leck mich doch im Zick, gelie. Und? Äh, danke, liebe Ei. Bei der Rentungstür rum, das ist egal. Ne, der von der Lautes Schlag ging leider an Liebei. Was ist denn, Mikasa? Ey, cool. Neue Titan. Und speichern. Jupp. Machen wir. Wenn die Mission jetzt immer nur so 2-3 Minuten dauern, dann könnte mein Brotpot schon einiges reißen, aber na, gucken wir mal. War Maria S.E. Forest of Giant Trees. Follow the Destinations. Den wir mit Levi, Oro und Petra. Der gleichen Aufstellung. Und dann haben wir schon 2 Drittel der Aeron-Mission durch von seiner Story. Ok, gut. Dann machen wir das auch noch. So, due to the threat thought to come from the abnormals, Hülle, by the communication squad, the formation breaks up and heads to the forest of Giant Trees. Without getting sidetracked, the scout regiment charges through the forest. Levi also goes straight to the forest without hesitation. They lose all ability to scout enemies and those do not notice when a Titan approaches. Aaron questions deeper. Unable to understand what he is thinking. Why did you go in the forest? It's not just Aaron. Other soldiers, like Aaron, don't understand the situation. Maybe even Levi himself. Doesn't know. The black smoke, the signaling abnormal, wafts up from behind. Believing Captain Levi and his friends, everyone decides to continue into the forest. Just then, something appears. The forest of giant trees. Boah, das wird so un-spaß. Okay, Destination, das ist ein Zielfahren. Was willst du von mir spielen? Du musst einfach nur entlang reiten. Und währenddessen die Tarn zerschläschchen. Ui, 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 ui. Oder lass dich das lieber auf meine eigene Sicherheit. Ich guck mal. Wo ist ein Pferd, wo ist ein Pferd? Ein Königreich für ein Pferd. Da ist er. Ähm. Hinter mir ist jetzt keiner so direkt, aber... Äh. Äh. Wolla? Äh, ja, 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 ja. Verkackt. Nee. Oh. Oh mein Gott. Kamera, dreh dich. Gut, also was ist knapp. Ich muss hier also... ...pattrone hin. Bitte nicht sterben. ähm, dauert sich lang hier sitzt immer jemand ok, bei den Kamera-Drehen drehe ich mich auch mit, das ist nicht so spitze so, dann geht's hier weiter, hier wieder zurück dann hier längs ich hoffe, Petro und lieber G2 wieder gut geschafft ja, like a boss im Merklauf bin ich spitze ich schätze mal, das wird auch ein A sein, oder? A, B A plus, ui ok, Amount of Damage, 0, ok, da hat ein ziemliches Glück er hat mich ja fast gepackt ok Heroin phase of Oro, Petro und vielleicht ne, nicht Levi, oder hab ich die von Levi schon? keine Ahnung auf jeden Fall speichern wir mal und gehen weiter zur next mission defend to the death protect the female titan ok the scout regiment has captured the female titan commander Baron planned this operation this operation from the beginning Levi and his squad attempt to drag the person inside the titan out the female titan desperately resist by protecting the name the name of her neck much like Eren this titan is obviously intelligent geht die detektive drücken ob er mit er genickt damit er keine heranschlägt gar nicht mal so blöd after some time the cornered female titan does something unexpected she lets out a scream as if she were going to die soon titan comes one of the another from outside the forest aieieieie das wird die spaß die die sind an ist dieser mit Hangen und Erwin damn sexy ok alles klar protektive jemals titan ich habe kein Pferd oder das ein Abnormaler Ganz ruhig, Kollege Lässt du die Lady in Ruhe Erstmal erwischen Ich kasse die Abnormal zu Ultra Und das wird auch keiner Fast so schlimm wie die Steuerung hier Das ist immer noch leicht nervig Zack Das war jetzt wieder mal Eine Meisterleistung von mir Jawohl Das ist auch der nächste schon Das sieht ein bisschen leicht Ja, panonesisch aus Gut, schön, dass wir ein Auge behalten Nächstes wird jetzt noch ein blutes Malheur passiert Hoppala, sehr schön Okay, aber noch bist du der nächste Also Ist noch alles schön gechillt Wo bist du, wo bist du, wo bist du Da bist du Bestes Gameplay ever Leave him alone Und zack Vier von acht Das war so ein bisschen Ich habe nicht mehr dabei Okay, das ist sehr schön Nein Nein, nein, nein Lasst ihr sie In Ruhe Der nächste Ist Du kleiner Furz Ist okay Hang es up to Titan Okay, das hast du schon Schutzmäßig gemacht Aber da kommt noch ein Abnormaler Nein 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 Schau, ob das letzte Kreis Nein, nein, nein Razorblade So So Geh nochmal auf die Seite Den Dicken Monster Titten So, perfekt Und hier ist noch der letzte Der letzte Der aufs Maul will Und der beste gesagt Ins Kinnig Perfekt War schon ein bisschen Ich habe aber Geschafft Das müsste jetzt schon Range Abflüssig sein Okay, ein bisschen Schaden Vielleicht auch Ablos Perfekt Ein Neuer Titan Also zu der Guide Ein Neuer Kostüm Oh, interessant Muss man später anziehen Im World Mold Da habe ich dann ganz komisch Ein Ninja Gymnastiker Anzugang Das sieht richtig komisch aus Oh Allein Die Vize-Firma-Titan Crushing Blow Gut Dann vernichten wir sie Die Scout Regiment Has failed To retain The female Titan The soldiers In Levi's squad Head out To the outside Head to the outside Of the forest In order To return The Kalernest district To assist Someone Approaches Everyone in the group Has Escaped And Levi Decided To join Them At the moment The person Transforms Into the female Titan If I had fought As a Titan This wouldn't have Happened I would regret This decision I would regret Jetzt heißt es Titan gegen Titan Oder Das wäre so cool So ein bisschen wie Godzilla Tatsächlich Oh das ist cool Und gib ihm Erstmal wissen Wie das wieder geht Bam Ich glaube es sind keine Frauen Aber Die hat es verdient Schön in den nackten Arsch rein Best fighting game ever Boom Gut er kann nur verteidigen Da geht nix Da zurückspringen Und er laufen Okay Bam Titan heißt Harded Sozusagen Herden eingesetzt Okay Sonst ist ja wohl Niemand da okay Also Boom Gib ihm Gib ihr Sie steht drauf Gott wie die aussieht War es da schon Gott wie die coole aussieht Titan Aaron Du bist cool Ach du scheiße Ich hoffe das schaffe ich Und eine Minute Geht ja Aber bloß perfekt Einerseits ist noch Available in World Mode Safe okay Geht ja rucki zucki hier Da kann ich echt Ein paar verdammt viele Missionen machen Das ist echt super gut Aber die letzte Noch nicht Okay da fehlt noch was Okay da habe ich Jetzt ein bisschen Die Zeit versaut habe Also ich glaube Ich bin jetzt schon locker Über 30 Minuten durch Ich glaube ich mache Noch mal 10 Minuten Einfach aus Spaß Und meine Freunde Und weil es jetzt Perndlich verdammt gut Weiter geht Bei ein paar habe ich noch Gar nicht die erste Mission gemacht Da will ich jetzt nicht In die Cutscenes rein Schneien Damit ich gerade nachgucken Welche Cutscenes Ich schon geguckt habe Im Theater Mode Movie Gallery Aaron Mikasa Das war es oder Der Rest ist also Nur das Battle Zeug Okay dann habe ich Nur Aaron und Mikasa Prolog gesehen Das heißt ich kann Jetzt nur bei Aaron Und Mikasa Jetzt auch Los starten Und ansonsten Gucken wir jetzt In eine andere Cutscen an Genau Bedeck jetzt weiter Sehr schön Ähm 77 Exterior Scouting Mission Find an der Fiese Target Titan Gut das ist weniger Okay gut dann U-Rang 10 nur Das ist schlecht Aber gut Machen wir weiter Bei dieser Mission Mit Connie Connie Springer Den mag ich Dich ist cool Humanity Has Recovered Their Border From the Titans For the first time At a large cost Das ist ein bisschen Hin und her Von der Story Ich hoffe Hier kommt einigermaßen Mit dem Schädel Ich komme Mit so einigermaßen Genau Auch hier Bei der Gerichtskonferenz Was da mit ihm Passiert Aaron Jaeger Offerring His power As a titan This power Is also feared He stands Before the Martial law Conference Because No one knows What to do With him Bei der Scout Regiment And military Police Archer Aaron Shout That in order To change The world He must invest Everything In ourself Commander Aaron Has a plan And as a Result Aaron Is left To the Scout Regiment Mikasa Armin And the Rest of The 100 Force Who lost Friends In the First Battle Decided To Join The Scout Regiment Only Any A place To Join The Military Police She Leave Saving That She Is The Only That She Only Wants To Save Herself One Month Past Aaron And The 100 Force Members Who are Now Part Of The Scout Regiment Begins The First Survey Beyond The Wall Because It Is A Side To The 3 3 Communication Squad Okay Du bist Also Hier Links Ein Bisschen Dying Is Jetzt Okay Okay Das 2 2 2 3 5 0 2 2 3 5 3 2 3 Ich dachte, das wäre davon ein Sieben. Beyond the Wall Plains. Und das wird ein Abnormaler. Komm mit mir, Bro! Hoppala. Zack! Ich hasse dich abnormal so abgrundtief. Und ich wünsche mir der Fast-Root, das ist sehr schön. Danke, Kon. Du bist eine super Hilfe. Noch ein Abnormaler. Die helfen sicher nicht so gegenseitig. Ähm, genau so war das. Da konnte man auch irgendwie den... ...Vorgang abbrechen und dann nochmal neu sich rein... ...nützen, sag ich mal. Zack! Das war sogar fast gut. Gut, wie diese Abnormalen hast du. Da weißt man nie, was machen die. Drehen sie sich um. Noch einer. Eine Abnormalen-Party. Sehr schön. Das liebe ich ja. Ähm, ja. Sehr schön. Subtude. Okay, ich hab's irgendwie... ...anscheinend geschafft. ...wärts noch nicht wie, aber ich hab's geschafft. Du bist normaler, das ist Pille-Palle. Pferdchen. Gut, noch sieht's... ...ganz chillig aus. Ach, raus sind wir, okay. Das weißt du noch von der Story hier, wo wir jetzt circa sind? Du musst ja irgendwo so ein... ...Schauppnis heißt die Christ, vorsichtig. Immer aufpassen, weil Schauppnis heißt die Christ. Zack. Und... ...Bumm. Perfekt. Da müsste ich irgendwo die... ...knei hier hinten. Kommt da noch was? Oh, da ist noch keiner. Da kommt man die riesigen Schritten... ...zugerannt. Hier irgendwo. Da ist er ja. Leck doch nicht so. Das wirst du aber wirklich dann beim New 3DS mit dem besseren... ...Prozessor-Power müsst ihr eigentlich flüssig laufen. Schätze ich mal. Okay, und du bist der hier noch? Komm her. Pferdchen. Pferdchen. Komm doch her. So. Geht schon ein bisschen flotter. Okay, ich wollte ja das machen. Dann mal reiten. Den Kopf anvisieren. Und hoch. Sieht ein bisschen lästiger aus. Nein! Nicht gucken. So. Ei, 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 ei. Was ist da? Was ist da los? Komm schon, Pferdchen. Wo bist du? Da sind viel zu viele Tatschers auf einmal. Erstmal kommst du her. Gut, du bist das Tatschers, sehr schön. Kann ich auch weitermachen? Nö, schade. Ne, macht nichts. Mission komplett. Und geschafft. Das bringt mir... Müsste auch wieder Abbruch sein. Ja. Und ich habe ein bisschen assistiert. Neue Detail ist dabei. Säben. Jupp. Darfst du. Okay, eins hocken wir doch. Eine Mission. Frost of the Giant 3-1. Follow the destinations. Er zirka das gleiche, was wir gerade mit Aaron gemacht haben, okay? Ist auch der gleiche Text, nicht das bisschen was anderes. Due to the threat through to come from the abnormals, relayed by the communication squad, the formation breaks up and heads to the forest of giant trees. Das ist exakt dasselbe. Aber so zumindest mal ein bisschen besser auszusprich. Mein Englisch ist so kacke. Um das... Funktionen ist es nachdem, was er und beiniget hat. Da also verionsst du fleißig. Sie sind nicht Doppelgerust. Wenn sie weiter damit älteren und beiniget hat. Was alt ist, was Herr Erwin in der Nähe. Es war alles funktioniert. Denn von der Nähe. Sie werden sie überwinden, können wir das. Und sie zu übersetzen. Sie werden die F-2. Die F-2. Und sie werden auf die F-3. Die F-2. Und sie werden die F-2. Und sie werden nicht mehr so abgelen. Das ist im Haus. Ich werde jetzt auch die Schuhe zurückgelaufen. Ich werde jetzt noch einmal zu Hause sein. Und dann werden wir schon mal zu Hause bleiben. Ich werde noch nicht mehr vorgehen. wenn ich sie alle da lasse, dass ich an allen vorbeilaufen muss. Ah ja, geht's ab. Ich will mich nicht umdrehen. Gut, kann ich auch nicht. Ich glaube, das muss ich jetzt bald. Ah ja, äh, 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 äh. Ich mach mir so komische Geräusche, sorry. Ich lass euch alle am Leben. Und hab's geschafft, oder? das war eine krasse herausforderung der rekord 45 sekunden ok das ist doch für heute wenn es für diesen part da müssen wieder einiges reißen können die sind noch besser wie von den titanen weglaufen diesmal mit sascha gesiebt man das wie weit ich jetzt bin von der mission hier mal gucken zuvor waren das sehen jetzt haben wir 16 uhr in einem etwas längeren part über 40 minuten ich sehe schon also etwas über 40 minuten wieder sechs missionen geschafft läuft kann man sagen ok gut damit ich mal sagen wenn ich mal in etwas längeren partier den einstiegspart und wie es weitergeht sehen wir dann im nächsten part der wahrscheinlich dann heute eher morgen kommt also wie gesagt wenn das video online ist das ist ein zeichen dass ich alles durch habe und ja das heißt da kommt wieder regelmäßig was zwei nicht zu ultra viele parts sein aber ja etwas kommt noch nach mit kasa und aaron haben wir auch noch armin outlet levi kein nachname und sascha das wird auch noch richtig richtig cool vor allem die missionen verliebe wird da freue ich mich ultra drauf das wird so geil nach bei armin und natürlich auch bei sascha die wir auch im nächsten part erleben werden mit mikasa beim titan slashen also dann sage ich mal danke fürs zugucken und bis zum nächsten mal ciao ciao